Wir haben eine Katastrophe verhindert, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir nun schlechter dastehen als zu Beginn. Wie kann das sein? Dasselbe habe ich mich auch schon oft gefragt, Anna. Aber selbst wenn man sich besiegt fühlt, trägt man kleine Siege davon. Ja. Denk an alles, was wir gewonnen haben. Rasputin hat uns die Werkzeuge gegeben, um gegen den Zeugen zu bestehen, ohne zu kämpfen. Zumindest konntest du den Beweis liefern. Rasputin war nicht wie Clovis. Du hast ihm beigebracht, besser zu sein. Und das hat uns gerettet.